macht schluss und ihr werdet direkt ins nächste intro geworfen wir kommen zu white bill des tages leute im chat ich weiß die meisten wissen es von euch ich erkläre es trotzdem noch einmal für leute die es nicht wissen irgendwann ich werde wahrscheinlich irgendwann eine einblendung machen zur erklärung aber jetzt einmal erkläre es euch noch für die leute die nicht wissen was eine white pill ist versteht was eine red pill und eine blue pill ist das ist das erst mal fundamentale um das andere zu verstehen wir erinnern uns an den film matrix neo werden von morpheus zwei pillen angeboten eine rote und eine blaue er hat die auswahl die rote zu nehmen und hinter die matrix zu schauen zu schauen wie die geschicke dieser welt wirklich gelenkt sind die andere sichtweise zu erkennen oder er kann die blaue pille nehmen und einfach in sein leben zurück und vergessen dass da noch irgendetwas anderes ist was übergeordnet die geschicke lenkt beziehungsweise die andere perspektive von außen einzunehmen deswegen beschreibt man leute die sich ausgewogen informieren die beide seiten sehen die medien kritisch unterwegs sind die auch mal der opposition zuhören um sich nicht indoktrinieren zu lassen leute die red pill sind so nennt man die jetzt gibt es noch andere pillen die bekannteste danach wird wahrscheinlich die white pill und die black pill sein die black pill ist etwas was uns hoffnungslos macht eine sache die in unseren augen unwiderruflich über den über die wuppa gegangen ist ja sehr gutes beispiel wenn du hörst irgendwie in deiner stadt heißen die meisten babys die gerade geboren werden mohammed ist halt so oh gott ja gut was immer noch machen wahrscheinlich haben die auch alle schon deutschen passt und so weiter das wäre eine black pill genau diesen demografischen wandel kann ich unmöglich als individuum entgegenwirken nicht zuletzt weil ich in einer offenen beziehung lebe oder so genau dann gibt es noch die white pill das ist das gegenteil etwas wo wir sagen hier ist etwas passiert was die hoffnung in die menschheit zumindest zum teil ein bisschen wieder herstellt das ist ein lichtblick gerade für unsere seite weil die sind sehr rar gestreut manchmal findet man eine und damit einmal zur white pill des tages ich glaube jetzt spielt schon das intro ab wenn ich die szene wechsel wir schauen mal was passiert nein das passiert nicht dann spiele ich jetzt eben das intro ab die white pill des tages ein bisschen glück im unglück und morgen ist wieder alles für einen arsch morgen ist wieder alles für einen arsch meine lieben freunde aber heute ist das leben gut denn ich lese in der frankfurter allgemein operation im akkord okay was was ist da los ist das hier eine 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 dokumentation darüber welchen alltag man als chef chirurg eines krankenhauses auf sich nehmen muss nein ihr liest hier oben es geht um gendermedizin und wir lesen in dem fettgedruckten unter dem titelbild die größte britische gender klinik wird nach einer untersuchung geschlossen jugendlichen wurden dort offenbar ohne ausreichende beratung die geschlechtsorgane weg operiert ja aber man macht doch psychologische gutachten man reflektiert doch wirklich auf dieser wunsch realistisches nein man nimmt darauf gar keinen einfluss das musste ich mir immer anhören die größte hier steht es die größte britische gender klinik wird geschlossen weil die den leuten nicht ausreichend offenbart haben was das für folgen hat ich finde es auch sehr interessant dass wir jetzt offenbar dazu über gegangen sind so etwas hier gender klinik zu nennen früher früher war das gendern mal nur die geschichte mit dem innen und so weiter da das war damals gendern heute scheint es so als wenn es einfach diese gesamte ideologie umfasst eine gender klinik ist eine klinik wo aufgrund von deinem gender also deinem sozialen geschlecht der erfundenen kategorie darüber dass es etwas eigenes sein soll was du für gedanken in kopf hast über dein geschlecht anders als zb über deine haarfarbe oder über dein gewicht oder so das soll eine eigene kategorie sein das wird da angeglichen an deinen körper oder besser gesagt andersherum der körper an diese kategorie das ist dann eine gender klinik sehr interessant genau genau das gendern an sich ist einfach nur die verbalisierte verkörperung dieser ideologie exakt denn die pause das sternchen und im gesprochenen wort einfach das innen das steht dafür das sagen die auch selber dass man all die anderen geschlechter anerkennt also dass man zweigeschlechtlichkeit aufgibt und sagt es gibt tausende geschlechter geschlecht bedeutet nichts es ist auch ein sanftes bekenntnis ne du musst das nicht ausformulieren du machst es einfach deutlich durch eine pause so hast du allgemein auch die schwelle sich zu diesem zeitgeist zu bekennen auch gut abgesenkt für den normalen otto ja und das lieben sie das lieben sie ich meine erstes beispiel wäre auch noch die regenbogen fahne dazu mit burg und vorhof was es so alles bedeutet die vielfalt in die buntheit und die offenen grenzen und dass die querdenker nicht durch stuttgart gehen sollen deswegen kommt dann der bürgermeister und pinselt nachher da eine ein regenbogen auf den marktplatz und ein holger dem ist das so unbewusst dass er auch sein logo dann ändert im pride monat zu den regenbogen fahnen weil er farben weil er denkt oh ja das ist nur damit mir ach mit nicht aufs maul haut oder so ja und eigentlich ich mag holger ja aber holger wir wissen dass du schwul bist du musst die massengeschmack fahnen nicht in regenbogen farben ändern und wenn las das sagt musst du das erst recht nicht das denke ich nämlich auch ich denke das wird weniger auf holgers mist wachsen als wahrscheinlich der von las aber da spekuliert man natürlich über holger schämen holger ist ein toller typ leute aber da ist halt da ist halt ein bisschen ein bisschen blau in der roten pille so ein blaustich mir geht es mir ging es eigentlich nur darum halt ein beispiel dazu dafür zu finden er ist so der gerettpilteste typ den ich kenne der halt immer noch die regenbogen fahne verwendet und zwar wegen dieser sehr geschickt gemachten gemachten doppeldeutigkeit und genauso ist das auch mit dem gendern jetzt haben wir hier eine gender klinik und da werden offenbar ohne ausreichende beratung die geschächtsorgane weg operiert nicht nur das die größte in groß britannien ja also da da geht schon was ab wenn wir hier ein bisschen rein lesen ich mache es hier mal ein bisschen größer kann ich das hier auch mit meinen clowns augen betrachten so chat ist da im jahr 2010 als die travestock klinik in london mit der verschreibung von experimentellen pubertäts blockern für minderjährige mit geschlechtsidentitätsstörungen begann erhielt der einzige gender und identitätsentwicklungsdienst des staatlichen gesundheitswesens 138 zuweisungen allein minderjährige ja 2020 lag die zahl schon bei 2383 fällen also locker flock ich mal so 20 mal mehr im vergangenen jahr schnellte sie wohl unter dem einfluss der sozialen netzwerke das ist die faz also ungewöhnlich kritisch sie wohl unter dem einfluss der sozialen netzwerke und dem trans affirmativen zeitgeist auf rund 5000 hoch also noch mal verdoppelt fuck alter da ja schlomo stell dir mal vor das spricht sich eventuell rum wenn deine klinik einfach ohne wirkliche beratung also auch über die riesigen und nebenwirkungen die komplikationsrate der operation die psychischen probleme die danach eh zurückkommen wir hatten es ja schon in dieser sendung mit der suizidstudie mit der mega meter studie wie lauterbach dann wahrscheinlich schreiben würde ähm angststörung all diese sachen und die wahrscheinlichkeit bei 50 prozent ungefähr dass du nie wieder ein orgasmus erleben wirst es könnte sein dass man das unter den teppich gekehrt hat und es spricht sich rum wenn dort gesagt wird schlomo du bist trans und du willst keine probleme haben dann geh dahin klar klar natürlich im vergangenen jahr oder der kind ist trans und vielleicht weiß dein kind das auch noch nicht so gut dass es trans ist aber da machen die das unkompliziert ja klar klar genau ich meine was ist das für ein zuwachs also da hat sich gesellschaftlich was getan das kann kein zufall sein dass von 2020 bis 22 von 2383 das auf rund 5000 gestiegen ist das ist mehr als verdoppelt das ist richtig krass so kindern unter zehn jahren wurden ohne lange unter zehn jahren wurden ohne lange untersuchung oder erklärung der nebenwirkung pubertätsblocker verabreicht besorgte eltern stimmten zu weil man sie vor schlimmeren psychischen folgen warnte dem höchsten gericht zufolge liegt die entscheidungsfähigkeit von minderjährigen im ermessen der ärzte ich finde die sollten so etwas gar nicht entscheiden dürfen bevor sie 18 sind und selbst dann stelle ich in frage ob du psychisch gesund bist aber das ist wirklich wirklich heftig und auch dann wäre es halt dass die allgemeinheit das zahlt wird vollkommen absurd das wäre wie der typ der seinen arm nicht haben will dem schneiden wir jetzt auf gemeinheitskosten den arm ab und so ich erinnere mich daran dass ich neulich bei reddit in so einem in der trans community unterwegs war undercover und ich habe da ein bisschen gelesen und da kam kam so öfter mal das thema auf ich glaube ich bin trans beziehungsweise ich bin trans ich will in die transition könnt ihr mir einen psychologen empfehlen oder einen psychologischen gutachter der mich dadurch winkt und dabei haben sie wahrscheinlich in großbritannien noch nicht mal so etwas wie unser antikonversionsgesetz das besagt dass sobald du die genaue formulierung ist die identität die geschlechtliche oder sexuelle identität von jemandem unterdrückst dich einer transitions behandlung sorry einer dingens konversionsbehandlung schuldig machst und dann verlierst du deine zulassung also bei uns dürfen die psychologen ja sowieso nicht mehr hinterfragen ob der wunsch ernst gemeint ist und das ganze ist sowieso nur noch ein kasperler theater es scheint so als wenn das dann in england vielleicht noch etwas strenger war und jetzt auch mal durchgegriffen wurde offensichtlich aufsehen erregte der fall cara bell die sich mit 16 jahren zur geschlechtsangleichung entschied 16 wir wissen alle wie reif wir mit 16 waren und 20 war als sie nach der medikamentösen therapie die brustamputation vornehmen ließ sie behauptete im nachhinein von der klinik unter druck gesetzt worden zu sein und nicht die reife zur entscheidung gehabt zu haben und zog vor gericht wie mehrere patienten berichteten wurden die empfindungen und wünsche der kinder und jugendlichen an der klinik kaum hinterfragt die größte klinik in großbritannien die das macht leute obwohl es in dem alter eine fülle von ursachen für identitäts zweifel und abneigung gegen den eigenen körper gibt das kann auch sein dass du dich einfach nur so fühlst das heißt nicht dass wir dir jetzt den pillemann abschneiden müssen und auch geschlechtsidentitätsstörung ist ja einfach nur sich so fühlen ist halt nur mit einer größeren tiefe ist das halt wirklich als geistige krankheit und die zahlen davon sind halt viel höher geschossen also wahrscheinlich reden wir dann nicht nur über das was wir früher wirklich als diese geistige krankheit bezeichnet haben in meisten fällen sondern einfach nur über verwirrung aus anderen quellen aber früher war das ja mal jeder dreißigtausendste bis jeder hundertzwanzigtausendste in den usa und ja heutzutage sind es fünf prozent von den jungen leuten fünf prozent also jeder zwanzigste ja und das war eine damals war es ja auch noch diese akkurate diagnose wo man gesagt hat der denkt das jetzt wirklich der ist trotzdem nicht mehr frau oder mann also dem anderen geschlecht zugehörig nur weil er das jetzt wirklich denkt und es nicht einfach nur aus effekthascherei macht dem typen solltest du trotzdem nicht irgendetwas abschneiden dem solltest du trotzdem helfen mit sich selbst ins reine zu kommen weil wir in den meisten fällen in den meisten fällen ist diese psychische krankheit die wir heute halt einfach so heute tun wir so als hätten die das alles alle die jetzt auf einmal damit ankommen was nicht der fall ist aber diese psychische krankheit ist in der regel verschwunden über den verlauf der pubertät ja ja und wir hatten ja heute die studie diese transition macht das leben dieser menschen nicht besser sie bringen sich öfter um das ist nicht gut da müsste man irgendwann mal die wissenschaft fragen und dann daraus schließen wir sollten den leuten anders helfen wir wollen den leuten helfen aber so helfen wir nicht wer hätte es gedacht das pimmel ab das leben nicht besser macht wer weiß drogenentzug mit fahrziel geschlechts umwandlung drogenentzug ah ja ja gut gut ist es nicht ein entzug oder bin ich jetzt blöd ist ja egal ein mädchen das ein junger t fehlt ja da haben die sich vertippt naja aber sonst ist der artikel ja schon mal ganz gut ein mädchen das ein junge sein wollte und mit zwölf jahren zu travestock klinik geschickt wurde sprach später von einem drogenentzug mit fahrziel oh mein gott bin ich blöd ein drogenzug das wort drogenzug was ist denn ein drogenzug tut mir leid da merkt man wir lesen ja gar nicht wir raten einfach nur die wörter nach den buchstaben die wir dort sehen okay jetzt verschwärts entschuldigung der sonderzug nach transistan von einem von einem drogenzug mit fahrziel geschlechtsumwandlung hinzu kamen also das fahrziel ist geschlechtsumwandlung von einem drogenzug mit fahrziel geschlechtsumwandlung so jetzt haben wir es geregelt tun mir leid leute hinzu kamen versäumnisse bei der nachverfolgung der patienten so dass die späteren folgen der behandlung nicht registriert sind zahlreiche mitarbeiter zahlreiche mitarbeiter äußerten öffentlich die mitarbeiter selbst also die sind ja ideologisch eigentlich auf linie äußerten öffentlich ihre ihre sorge dass junge menschen sich ohne hinreichende prüfung und unumkehrbaren prozess unterzogen wer unterzogen wer intern oder von außen zweifel an dem vorgehen der klinik anmeldete wurde jedoch als transphob gebrannt markt und der hetze von aktivisten ausgesetzt was also von so einer taktik habe ich noch nie im zusammenhang mit dieser geschichte hier gehört also ich glaube die fhz denkt sich das aus einfach aus böswilligkeit ja absolut also das kann ja gar nicht sein also jetzt mal unironisch das ist eine medizinische institution und da ist man transphob wenn man leute ausgewogen über das berät was das für folgen hat und wird gebrannt markt und opfer von aktivistischer hetze und mit ausgewogen meinen die halt auch nicht ausgewogen also es ist selbst diese leute die damit ein problem haben deren problem wird nicht mein grundsätzliches sein und zwar dass man den kindern sagt nein wir machen dich jetzt nicht zu einem mädchen wir gleichen deinen körper sofern möglich und das ist nur sehr begrenzt möglich daran an du kannst nicht das andere geschlecht sein wir versuchen nur kosmetisch dich etwas mehr wie es aussehen zu lassen das müsste in jedem fall gesagt werden damit medizinisches einvernehmen informiertes einvernehmen gegeben werden kann absolut hier geht's weiter jetzt hat der vernichtende interministrische bericht einer angesehenen kinder und jugendärztin zur schließung der travis stock klinik geführt oder davy stock schuldigung klinik geführt um das monopol und die damit einhergehende gesinnung zu durchbrechen und behandlung landesweit leichter erreichbar zu machen und das ist die black pill in der white pill sollen die aufgaben künftig regional an krankenhäuser verteilt werden die auch die nötige psychische und medizinische unterstützung liefern können bei denen wird man sicherlich nicht als transphob gebrannt markt schlomo also dieses größte hospital zu diesen zwecken im gesamten land das konnte das offenbar nicht das sagt nicht einfach daran dass diese leute ideologisch ein interesse daran hatten so viele kinder umzubauen wie irgend möglich und natürlich auch wirtschaftlich ein interesse daran haben die nur die regionalen kleineren krankenhäuser haben die kapazitäten dazu ja da ist denen der idealismus ein bisschen zu kopf gestiegen schlomo ich meine stell dir mal vor was wäre denn mit dir wenn man dir als kind sagen würde du darfst das nicht wie würdest du dich fühlen schrecklich sicherlich wie kann man nur den kindern sagen du darfst etwas nicht das ist ja also adultismus macht gefälle zwischen eltern und kindern ich wollte gerade sagen also wenn eltern sowas machen im kind sagen du darfst abc nicht zum beispiel nicht die gesamte box schokolade essen oder du darfst nicht an meiner zigarette ziehen oder so direkt jugendamt ja absolut es bleibt zu hoffen dass fundierte befunde dann vorrang über identitätspolitische ideologie haben werden das bleibt zu hoffen aber am ende des ja wirklich es bleibt zu hoffen aber aber es ist am ende des tages ist es irgendwie schon eine white pill ja ja also also ja absolut absolut es ist eine kleine white pill und es war vor allem sehr sehr interessant also dass das da passiert ist auch die zahlen die sie hatten und so weiter und sich alleine vorzustellen also das könnte ein rabbit hole werden werden mal wirklich versucht sich damit näher zu beschäftigen was genau die beschwerden sind und so weiter was für fälle es da gab und so also das klingt als wäre dieser eine fall mit dem krankenhaus eigentlich genug stoff für eine doku die geht 40 minuten lang ja von reporter zum beispiel ja ja die könnte ja mal vorbeikommen paar opfer interviewen und so weiter das ist vielleicht ein interessantes rabbit hole alter da habe ich gar nicht darüber nachgedacht ja ja absolut wenn wir hier die afd kohle hätten von der stiftung oder so könnte man sagen okay packen wir mal unsere sachen fliegen rüber nach london wahrscheinlich und ja dann gucken wir mal was sache ist da genau man könnte ja dementsprechend erst mal ex mitarbeiter fragen man könnte fragen wie diese ja diese diese attacken aussahen von den aktivisten wie diese hetze aussah von aktivistischer seite ob man da leute wirklich raus gemobbt hat ob die körperlich irgendwie angegangen wurden man kann dann dementsprechend mit den opfern auch reden die sich umentschieden haben das wäre durchaus sehr interessant auch für die öffentlich rechtlichen um mal ausgewogen auch mal etwas von der anderen seite des politischen spektrums abzubilden weil es geht ja immerhin auch um selbstbestimmungsgesetz dann recht bald und da könnte man ja auch mal über negative seiten dieser ideologie berichten ist ja nur eine idee schlomo also wenn hier wenn jemand vom er hier rein hört bringt das doch mal vor bei der nächsten redaktionssitzung ja ja klar wenn man über transphobie werden ja wahrscheinlich wie transphobe vollkommen zu recht ihren job verloren tavistock center in großbritannien ja und wie transphobe am ende noch gewonnen haben wie man sich den rechten rand angebietet hat in dem jetzt nicht mehr diese operationen stattfinden kannst du nicht ausdenken kannst du nicht ausdenken für mich ist es zumindest ein kleiner sieg weil das zeigt dort ist eine echokammer dort waren einfach leute die da nicht mitmachen beim operieren von kindern die wurden da rausgemobbt die wurden opfer von aktivismus und die kinder denen man schaden hinzugefügt hat die nicht wirklich beraten wurden beziehungsweise diese entscheidung eigentlich gar nicht hätten treffen sollen die leiden jetzt darunter und dass man dann diese klinik zu macht finde ich cool wenn die sagen also wenn der staat in großbritannien an dem punkt schon sagt die wurden nicht richtig beraten dann wurden die halt wirklich nicht richtig beraten also das ist so weit über unserem threshold für nicht richtig beraten denen wurde quasi dem wurde vielleicht gesagt okay pinke einhörner kommen dann und eine fee wird ich dann ganz lieb haben und so weiter jetzt kommen jetzt atmen mal schnell dieses gas hier ein genau in diesem sinne meine lieben freunde eine kleine white pill und ich glaube wir ich könnte da mal ein bisschen recherchieren das ist glaube ich ganz interessant vielleicht findet man ja irgendwelche outputs wo man auch leute gefragt hat die da raus geflogen sind vielleicht auch in anderssprachigen medien wäre doch ganz interessant gut meine lieben das war also die white bill und ich verabschiede euch noch mal ins white bill outro und dann werden wir uns euren fragen widmen die ihr mit euren bittspenden versehen habt also bis gleich die white bill des tages ein bisschen glück im unglück und morgen ist wieder alles für einen arsch